Das sind die ersten Neujahrsgespräche 2018. Wer bist du? Danke für die Einstattung. Ich bin SMS, wohne in Zürich und ich bin mir selbst das größte Rätsel. Okay, die erste Frage. Ah, ich? Im richtigen Fernsehen? Eine Frage an mich? Okay. Uier hat ja gesagt, dass niemand mehr auf die Idee kommen würde, Schweizer Fernsehen und Raute zu erfinden. Was würde man eigentlich heute erfinden? Keine Ahnung. Müssen das nicht die Professoren beantworten? Also vielleicht, meine Daten in der Cloud fühle ich so unsicher. Ja, hast du noch? Ja, also zum Beispiel, ich mache sehr viel auf Twitter und da bin ich so im, das ist ja dann in Amerika und gilt eigentlich das Recht dann auch so. Start! Was noch? Ich weiss, weiss ich auch nicht. Darf ich auch etwas fragen? Noch eine Idee. Was wäre heute Service-Bublik auf der Höhe der Zeit? Keine Ahnung, ich weiss es nicht. Aber sind Sie eigentlich für oder gegen Nobilag? Grossartig. Ja, genau. Die Redaktion zeigt mir gerade, die Sendetzeit ist vorbei. Hey, schön warst du da. Vielen Dank. My name is SMS Week and I approved this message. Wie ist es? Wie ist es? Was ist, wenn es?